So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. ein Ausbeutvideo zum Flunkhiefer Mega Raid Day. Das erste Mal, dass Flunkhiefer die Mega-Entwicklung durchführen kann, hoffe ich, dass ich nicht schon wieder Schmarrn erzähle. 14 bis 17 Uhr lief das Ding, es ist jetzt 16.08 Uhr, wo ich das aufnehme, werde ich 17 Uhr direkt raushauen. Ich habe das erste Mal nicht alle Pässe verbraucht, die ich am Raid Day gekriegt habe. Ich würde den letzten Pass, den ich kostenlos gekriegt hätte für heute, nochmal für Summer Center nehmen, obwohl ich da schon das Shiny habe. Aber egal, das hat wieder organisatorische Gründe gehabt. Bevor ich jetzt aber weiterrede, mir ist etwas Lustiges aufgefallen. Auf dem Bild hier, das Hintergrundbild, da ist ja so ein Typ, ne? Jetzt muss ich mal den Rahmen wegmachen und nehme nur mein Feld. So bin das ich? Ne, das ist der Feldrahmen hier, das. Das schieben wir mal noch ein Stück hier rein, machen das jetzt so. Jetzt sieht es so aus, als wäre ich der Typ und würde da mit dem Arm so da raus zeigen. Oder auch nicht. Stellt euch einfach jetzt vor, das soll gut aussehen. Es sieht nicht gut aus, aber es ist auch wieder mal egal. Wir haben Raids gemacht. Wir haben wieder am Gericht angefangen. Da waren zwei Raids. Den ersten Raid habe ich ja. Bin ja schlau. 14 Uhr Stream unterwegs machen. Das funktioniert nicht mehr so gut mit dem Erstellen und eine Vorlage nehmen. Man muss immer direkt in dem Moment, wo man da steht und was machen will, erstmal den Stream machen. Aber was redet ihr, was versteht auch keiner, ist egal. Guckt euch einfach mal den Stream an, da erkläre ich das immer 100.000 Mal. Denn der Stream ist nachträglich auf YouTube ja verfügbar. Der ganze Mega-Flungkiefer-Raid-Stream war ja unterwegs live. Ich habe 14 Uhr einen angesetzt in der Raid-Gruppe. Stehle war die erste Arena. Damit ich, wenn ich 14 Uhr starte, nicht warten muss, dass jemand im Chat erscheint und fragt, ob er mitmachen kann und bis dann geedit wird. Sondern dass 14 Uhr direkt Action ist, mache ich den ersten bei so einem Raid-Day immer in der Gruppe. Lade die Leute ein, die sich da eingetragen haben. Alles andere, ich gucke ja nicht bei jedem Raid in die Gruppe rein. Alles andere erfolgt dann immer im Chat, im Livestream, wenn ihr da reinschreibt. Das haben ein paar Leute mich geeditet, die ich vorher nicht in der Liste hatte. Das haben etliche Leute mitgemacht, die ich schon in der Liste hatte. Shinaya hat jeden mitgemacht, Tiso hat jeden mitgemacht. Das war richtig toll, danke dafür. Und dann ist man jetzt rum, hat die Raids gemacht. Wir haben jetzt ein paar Events, wenn man da drauf geht, da steht gar nichts mehr. Das letzte, was da war, war noch dieser Day. Der steht jetzt nicht mehr da. Hier, habe ich gesehen, ist nebenbei auch noch in der Spezialforschung Galahouft was fertig geworden. Das möchte ich auch mal ganz kurz abholen. Weil hier noch ein Pokémon drin ist. Und weil ich nicht weiß, was da drin ist. Ach, es ist ein Absol. Nehmen wir mal das Absol kurz mit. Oh, mega schlecht geworfen. Einmal nach oben. Und gehen dann jetzt auf die, was? Ach nee, nächste Seite gibt es gar nicht. Egal. Wir bewerten mal kurz dieses Absol. Zwei Sterne. Okay. So. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, will ich erstmal ganz kurz schauen nach XXS. Ob es ein ganz kleines Flunkkiefer gab, das gab es nicht. Gibt es XXL? Ein großes Flunkkiefer. Das gab es auch nicht. Wenn wir auf Shinies gehen, sehen wir, es gab ein Shiny Flunkkiefer. Das ist nicht XXL, aber zumindest XL. Showcases mit Flunkkiefer gibt es auch wieder. Und wenn wir das mal bewerten, hat das drei Sterne mit 13, 14, 11. Wir haben also angefangen an Stähle beim Gericht. Das sind zwei Arenen. Dann ging es ab in den Englischen Garten. Da waren vier Arenen. Dann ging es Richtung Stadt. Da war das Schloss. Mutter, Kind. Und Marschstall. Beim letzten Mal haben wir es noch über die Brücke geschafft. Haben über der Brücke den Raid noch gemacht. Dann war 15 Uhr der Wechsel. Die Brücke ist neu gespawnt. Also hat man die Brücke, Marschstall, Mutter, Kind und Schloss nochmal gemacht. Und hatte dann alle Raids fertig. Das hat beim letzten Mal genau gepasst. Diesmal war es ein bisschen anders. Und uns hätte noch ein Raid gefehlt. Weil man hat die Brücke nur einmal gemacht. Man hat die Brücke nicht zweimal gemacht. Weil man wollte die erst weglassen. Wollte in der Stadt noch welche suchen. Aber im Livestream haben dann auch nicht mehr so viele Leute Bock gehabt. Mitgemacht. Pupsi hatte keinen Bock. Wir wollten dann eigentlich essen gehen. Wir sind dann doch nicht essen gegangen. Wir sind dann doch heimgegangen. Jonas war auch kalt. Der ist auch noch ein bisschen erkältet jetzt. Der hat ja frisch seine OP hinter sich gehabt. Spaziergang. Okay. Aber wenn wir jetzt noch da drei Stunden rumgerannt wären, wäre das auch nichts gewesen. Jetzt sind wir also zurück. Ich hätte also keinen Pass von gestern gehabt. Wir hätten sechs Stück heute gehabt. Der freie von heute. Plus fünf zusätzliche. Aus dem Raid Day. Plus acht Stück. Aus dem Ticket. Das Ticket kam diesmal von Henry Nicky. Danke dafür. Sieht man ja, wenn man hier guckt. Mein Buddy ist der Henry Nicky. Denn der hat mir das Raid Day Ticket geschenkt. Und jetzt habe ich aber nur 13 Raids statt 14 Raids. Da ich den letzten nicht gemacht habe. Wir waren dann fertig. Und hätten extra nochmal irgendwo anders hinlaufen müssen. Zurück zum Park oder sonst was. Und die Luft war irgendwie raus. Mir hat es auch gereicht. Ich habe ja gesagt, ein Hunderter habe ich vorher schon gehabt. Dann löst es, was ich dann entwickeln möchte. Mir geht es eigentlich um nichts. Shiny brauche ich auch nicht. Aber war ja da relativ am Anfang. 2900 Energie gab es. Wir können kurz mal durchbewerten. Das war das allererste, was gezogen wurde mit zwei Sterne. Hier haben wir ein dreisterniges mit 15 Angriff. Hier drei Sterne. Das Shiny, was dabei ist. Hier haben wir eins mit 12, 12, 12. Das sieht cool aus. Zwei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Das schlechteste. Das ist der 877 mit 10, 10, 10. Das ist cool. Das ist auch relativ gut mit 922. Hier haben wir nochmal 920. Hier haben wir 800, 908. Fertig. Und das war es. Das war es schon. Das waren alle, die wir jetzt gemacht haben. Also viele recht gute dabei. Aber wie gesagt, ich brauche die ja eigentlich nicht. Da ich Flunkiefer ein erlöstes, 100%iges habe. Damit bin ich die ganze Zeit gelaufen. Und das habe ich die ganze Zeit. Wollte ich unbedingt Bonbons farmen. Und wollte das mal hochziehen. Auf Level 50. Habe es. Und als ich gesehen habe, was mega Flunkiefer Day kommt, fand ich das cool. Denn so hatte ich schon ein 100%iges auf Level 50 vorbereitet. Was ich jetzt einfach entwickeln kann. Dass man sieht, wie hoch das kommt. Auf was das hinausgeht. Das ist jetzt hier auch neuer Pokédex Eintrag. Mit 100% Level 50er Flunkiefer. Okay. 2.691. Und wie klein ist das denn jetzt bitte? Das ist denn doch so groß. Und dann wird es mega Entwicklung. Und schrumpft so zusammen. Soll das so sein? Ja? Oder ist das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall jetzt zwei Kiefer hinten dran. Sieht jetzt irgendwie total komisch aus. Ich mache mal hier. Achso. Der Mega ist schon dran. Und wir suchen uns jetzt noch ein Shiny. Welches nehmen wir denn? Wir haben hier 1.391. Das ist aus Erfurt damals. Und wir haben hier das. Das ist XL. Und das hat eine recht gute Bewertung. Wir werden das jetzt auch noch mega entwickeln. Und wie viele Bonbons haben wir denn? Wir können das vielleicht irgendwann mal einfach auf Level 40 ziehen nochmal. Aber eigentlich brauchst du das nicht ziehen. Das lässt du einfach so drin. Das Level ist egal. Das nimmst du dann irgendwann mal zum Boosten von Bonbons für Fee oder Stahl. So hast du das 100er für Raids. Obwohl du damit glaube ich eh keine Raids machst. Und du hast das Shiny. Was hier richtig gut aussieht. Und auch mega präsent ist. Wie kann das denn sein? Das ist das andere wirklich ein Anzeigefehler. Gucken wir mal wie schön das aussieht. Wenn das jetzt hier drin steht. Mit seinem Kleid. Mit seinem Rock. Mit den zwei Kiefern hinten drauf. Das ist cool. Das andere ist zusammengefahren und verschrummelt. Das kann ich nicht verstehen. Oder weil das ist halt ein XL und das andere nicht. Und deswegen sieht man das und das andere sieht man nicht. Da muss ich jetzt aber auch noch mega dran machen. Aber ich weiß, dass sich das nicht verschickt. Weil da werde ich jetzt jeden Tag die Mega-Entwicklung durchführen. Bei beiden. Das ist mir wichtig. Was ich auch noch machen wollte. Ist mal hier reingucken. Denn ich habe vorher alle Sonderbonbons in Mewtwo gepackt. Dass ich mal eine Krypto-Mewtwo-Armee habe. Und alle XL-Sonder-Candies. Alle XL-Sonder-Candies. In die Yanzi. Genau. Jetzt gucke ich hier rein. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 5 XL-Sonder-Candies. Die ich jetzt wieder in die Yanzi packen kann. Und ich habe 22 Sonderbonbons jetzt gekriegt. Die ich in Mewtwo packen kann. Das ist jetzt nicht so viel. Also am ganzen Raid-Day 5 XL gemacht. Besser als nix. Das ist ja auch der Teil des Tickets mit gewesen. Deswegen. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr Spaß am Flunk-Kiefer? Raid-Day. Habt ihr eins entwickelt? Habt ihr ein Hunderter? Habt ihr ein Shiny? Wie viele Shinies habt ihr gemacht? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Schreibt mir mal eure Statistik unten rein. Wenn ich hier mal gucke. Gesehen 15. Gefangen 2. Verstehe ich nicht. Gut. Dann war es das von meiner Seite aus. Mein 1-Rate-Pass weiß ich nicht. Mache ich heute vielleicht nachmittags oder abends dann nochmal weg. Für Summer Sender. Oder weil es morgen keinen Summer Sender-Rates für Zuschauer-Streamen gibt. 10 bis 12. Nicht. Vielleicht mache ich morgen um 10 Uhr einen weg. Als Entschädigung. Jonas ist wie gesagt noch krank. Nach seiner OP. Hin und her. Ich möchte nicht, dass Sandra alleine hier mit ihm kämpft. Ich kämpfe dann mit ihr zusammen gegen ihn. Und deswegen morgen mal kein Stream. Solange wie er noch in seiner frisch Nach-OP-Zeit ist. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ausbeute. Schreibt da rein. Und ciao. Guckt mit dem Arm, wie ich da hochzeige. Das sieht doch genial aus, was ihr habt.